jo leute was geht ab meinem herz und willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal viele haben mal gesagt bei meinen letzten videos ich soll mal amanda spielen und ich dachte mir einfach so warum soll ich denn warum nicht halt und ja leute falls ihr mehr amangas videos wollt dann schreibt es doch mal bitte in die kommentare da kann ich auch mal wie das machen und leute wird vielleicht leistung kommt ich weiß noch nicht ganz genau ich denke noch nach und ja leute es kommt gerade ein paar leute rein und ja leid vielen teil zwei amangas video und ja leute okay sind schon mal zehn leute drin ja ich bin alleine im poster junge was junge das ist so komisch alter ich will nicht allein allein im poster sein so dann tue ich einfach mal so auf unanfällig und ja dann ernst jetzt die sagen alle dass der blaue ist weil er gemacht hat ich muss einfach mal so auf unanfällig machen ich tue als würde ich hier gerade so ein paar quetz machen was machen oder so die ist das wir machen eigentlich die tür zu ja ok ist hier jemand ich tue mal einfach wirklich so als würde ich gerade eine quest machen ich hoffe das hat niemand gesehen so jetzt mache ich einfach mal so auf unanfällig weil die ich habe gerade einfach mitten in der ja in der mitte einfach eingekillt eingekillt die ich kenne halt die ganze zeit zu leute und die merken das nicht mal die anderen ich kenne ok was schreiben die blue ja ok das war schon davor ich kenne das nicht noch sorog ich kenne die die wasser Achso, die hat ein... Digga, sollte gerade schreiben, nee. Victory, ja, Digga, ich hab gewonnen. Easy, let's go, Junge. Easy, will ich auch mal sagen. Easy gewonnen, Junge. Richtig krass. Ich bin der Beste. So, dann warten wir mal ganz kurz auf die andere Leute. Oha, wie schnell sind die Kralle alle reingekommen? Okay, schon 10 Leute, ja, Moin, Digga. Herstarte doch. Hä? Hallo? Warum gehen die jetzt raus? Was schreiben die denn? It's my birthday. Los, starte doch jetzt. Digga, starte doch jetzt. Digga, sind die behindert? Ach, ja, Halleluja. Mach doch jetzt einfach. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dieser Lila ne ist. Ja, mein Junge, willst du mich erarschen? Disconnected, gar kein Bock. Ja, ich weiß mal, Leute, ich wurde gerade einfach disconnected. Schon wieder das Nerv, total, Alter. Ich weiß ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich falsch gemacht hab, aber... Ja. Ich mach einfach mal diese Farbe. Juuu. Können die jetzt mal starten, Digga? Hallo, es sind 10 Leute drin. Mach doch jetzt. So. So. Komet. Tschüss, das Ding ist, Leute, wir sind jetzt so schnell, Alter. Okay, Junge, ich bin so schnell, dass ich sogar gegen Sachen dran knall. Und das muss mit das hier. Das muss mit das. Das muss mit das. So. Atme nach. Hier ist auch. Ja. Hallo. Stop hier. Download. Download. Okay. Wir machen hier jetzt ganz kurz ein paar Quests, Leute. Tasks. Tasks. Die ganze Zeit einfach Quests wegen Broads hast die ganze Zeit. Was ist denn das? Ah, ja. Hallo? Alles klar? Was sagen die Purple? Ja, okay. Purple, Purple. It's not blue. Oh, ich mach mal für die Purple, weil es jeder sagt. So. Digga, wo machen die für mich? Bin ich so auffällig gewesen? Timo, das war so klar. Ja, Digga. Das war so klar. So. Victory. Yes, yes, baby. Easy gewonnen, Digga. So. Jetzt gehen wir mal in eine neue Runde rein. Flash, 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 Flash. Woo. So. Jetzt warten wir ganz kurz auf die anderen und dann geht es auch schon weiter. Oh, Digga. Die wollen jetzt schon starten. Hä, Digga? Sind die Lost, Alter? Die wollen einfach jetzt schon starten bei sechs Leuten, Junge. Starte doch jetzt mal. Ich meine, kommt jetzt mal rein. Okay, jetzt könnte der Theoretik starten. Weil es sind zehn Leute drin. Wie, das bricht bei einer Sekunde ab. Crewmate. So. Jetzt rennen wir erst mal wie Two Flash. Äh, hier haben wir eine Quest. Was ist das? Hä? Digga. Ich glaube, dass es diese Millie ist oder so. Ich hab, ich mach die jetzt einfach mal. Skip. Digga, was ist das Skip, Junge? So. Ähm. I was in Security. Hä, Ash war der neben mir? Den hab ich aber gar nicht gesehen, ey. Vielleicht ist es auch dieser 1908, äh, 19... Ja, Digga. Keine Ahnung, echt. Vielleicht ist es dieser 1908 Typ. Ich weiß ehrlich nicht, Digga. Kann er sich auch mal entscheiden, hier? Millie haben zwei gemacht. 1908 haben auch zwei gemacht. Millie war nicht der Imposter. Wenn wir Imposter remain. Okay. Äh, auf jeden Fall, diese Millie war das doch nicht. Wie ich es dachte. Deswegen, das war ein Fehler. Aber ja. Wir sind auf jeden Fall... Hä? Hä? Keine Lust mehr. So, dann mach ich mal eine andere Quest. Bei Electrical hab ich eine. So, was hab ich denn hier? One Piece Ehre. So. 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 Ähm. Äh, was... Wo hatte ich noch eine Quest? Bei Navigation und Admin. Aber da ich ja bei Admin bin, mach ich die einfach mal. Schnell. Äh, dies muss da. Da muss die. Die muss da. Die muss da. So, fertig. Navigation müssen wir jetzt in. Ah, ja. Das finden wir auch schon mal. Was haben wir hier? Och, Digga. Komm schon. Genau. Ich sollte die Quest machen. Wer ist denn jetzt? Äh, also ich bin es auf jeden Fall nicht. Jetzt können es nur noch die vier sein. Ähm. Ich denke irgendwie, dass dieser 1908 ist. Ich weiß nicht. Ich hab den einfach mal gemacht, weil ich hab irgendwie das Gefühl, dass der ist. Der One Piece ist sowieso gequittet, also das kann der sein. Jetzt nur noch die drei. Ähm. Und vielleicht ist es auch dieser YouTube oder diese Mikol, weil diese Mikol hat mir auch am Anfang die ganze Zeit verfolgt. Also hat mich am Anfang die ganze Zeit verfolgt. Deswegen, ich hab jetzt keine Ahnung. Ich hoffe mal die Stimme jetzt für einmal ab. Ist die weg oder ist sie noch da? Okay. Digga, immer noch ein Reposter. Ich werd das jetzt herausfinden, Digga. Ich werd das jetzt herausfinden. Ich geh den mal hinterher, weil der... Der ist irgendwie so... Wie soll ich sagen? Der ist für mich irgendwie so ein Auffälliger. Was macht eigentlich... War hier nicht gerade eine? Jusuf, was macht dieser Jusuf eigentlich die ganze Zeit? Ach nee, diese Lichter gehen glaube ich jetzt aus. Oder? Boah, Junge, willst du mich verarschen?